Jo Leute und damit willkommen zurück zu Dunkelkorn Country 2, dieses Kongress mit Flash Und der Arsch startet einfach immer bevor man die Ansage wirklich gemacht hat So ein Pisser Na klar So ein kleiner Spass ist sein Sohn Das ist er Hab ich's gesagt Ja, Topo Sterne Ja, du verrickst doch eh wieder, also Dann sterb jetzt, ich will mir nicht dran sein Deine Mutter, wo kam der denn jetzt wieder her? Ja, du warst zu weit weg und bist gestorben Ich hab noch so wenig Leben Ja, scheiße Ja, passt schon Ich find das gut Oh nein Ja Was war das denn? Ich will nicht Ach ja Ey du Faggot Fick dich Wir beide Wir beide haben gleich viel Leben, cool Geil Und ich hab vom Boss nicht gespeichert, das ist das Problem Ja dann, müssen wir halt save, ne? Äh, laden Ja Du hast ja vorher auch nicht gespeichert Ja ich hab beim Ich glaub ich hab beim Boss gespeichert Ja ich hab auch meinen Boss gespeichert Aber trotzdem Ja, das hab ich vorher nochmal gespeichert? Nach dem Boss, nö Jaa, Cheater Cheater sagt er so einfach Ja, bist du ja auch Ne Doch Recht alter Cheater Alte Shitnudel Ey das Problem ist nur wenn ich das jetzt schaffe, ne? Fick dich Deswegen stirbst du jetzt auch Deswegen stirbst du jetzt auch, sag ich ja Ja, ich geh nicht zurück, dass es mir zu riskant Bäm, sterben Sterben Sterb mal, hab ich gesagt. Sterben. Arschloch. Warum Arschloch? Ah, da ist mein Leben bekommen. Hat er nicht verdient. Hab ich das verdient? Nein, hast du nicht. Das schnippst du doch eh gleich wieder. Schade. Na, aber jetzt kriegst du noch ein Leben, ist klar. Go, is nice. Ja, mach. Das schaffst du nicht. Denn... Na gut. Na gut, dann schweichere ich halt hier. Arschloch. Tim, 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 tim. Was ist da? Was? Ist klar einer. Ja. Oh fuck. Zu wenig. Hallo, Marcel. Hallo. Das sich überschwingt. Hä? Du musst Anlauf nehmen. Hab ich doch. Sag dich ja. Hab ich doch. Ne, du musst diesen Drehsprung machen. Hab ich doch gemacht. Mit dem... Nein. Halt die Mauer. Halt die Mauer. Ich... Hab... Oh. Hab den Drehsprung gemacht. Mann, bin ich weit weg. Na toll, dann kann ich ja nur laden. Wieso hab ich denn? Nö. Hä? Fick dich. Arschloch. Oh nein. Jetzt flackt das gerade ganz schön wieder bei mir. Ja, weißt du was das für ein Level ist? Hm? Das wird übelst flacken. Das Spiel besteht immer um Geschädlichkeit zu beweisen. Kaktik. Kennst du das noch? Ja. Oh, da hab ich gar nicht mehr aufgepasst. Ja. Oh, ich hab gar nicht auf den Fertzack gearbeitet. Ich hab mich schon gewundert. Was macht der denn da? Ja, genau. Schieß die Kugel durch mein Kopf. Wie viel Faggot-Level sind das eigentlich nochmal? Dann. Wie ich nochmal machen darf? Eins, glaub ich, nur. Eins? Geh mal hoch. Ach doch. Ja, das nur noch. Na gut, dann hatte ich doch gespeichert soweit. Ich wollte schon sagen. Jetzt treff ich dich aber. Geh doch. Ja, aber das musst du... Das schaffst du doch jetzt, oder? Nö. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab's schon wieder vergessen, was hier alles gab. Oder das mit denen. Na, dass das das ist, weiß ich ja. Das war ein bisschen zu früh. Hey, du Fatze. Halt's Maul. Nein, da springen wir nicht ran. Ich bin nicht. Fuck. Oh. Kotkopf. Lash, der alte Kotkopf. Wie ist ein Kotkopf? Lash ist ein Kotkopf. Safe. Na, bin ich schnell beim Safe diesmal? Na, ich guck mal, ob du das auch durchschaffst. Zum sie Biene. Poi. Das ist mit ernsthaft. Also nicht. Ach fuck, das war ich hier ja nicht. Ich fahr mit runter. Sollte sie sogar, wenn du ein gutes Leben bekommst. Nö. Benni aber nicht. Benni ist da. Ich hab grad die Tür gehört. Und gleich geht mein Bildschirm aus. Ich hasse das. Warum hast du das eigentlich? Ja, das ist standardmäßig drin. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Okay. Ich hab keine Ahnung warum. Hab's nicht. Nicht, ja. Was ist das für ein Bild? Monitor. Meiner? Ja. Phillips. Meiner ist Samson. Und irgendwie ist das bei dem so. Fuck. Da spielst du immer zu früh rein. Nee, nicht immer. Ich hab das nur ne... Doch, du gehst, verlierst ja immer ein Donkey. Nein! Doch. Nicht immer, du Arsch. Hab ich bei dem letzten Mal einen noch gar nicht. Spassi. Boah, hätte ich mal diese komischen Kack-Level da schon gemacht. Dann könnte ich einfach durch die Welt gehen. Nein. Dim, 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 dum, 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 dum. Das wär was gewesen. Vor allem hätte ich dann wieder vorgelacht, wenn er abgestürzt wirst. Boah, was für ein Leck eben. Bei dir auch? Mal da. Minimal. Na, Chucky. Na, Chucky. Dim, 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 dum, dum, dum. Deine scheiß Messer, ne? Das war gut. Hast du die jetzt wieder vergessen? Naja, vielleicht geht raus schriegen, aber da aktiviert sich sofort der Wind. Achso. Wieso wird das denn klappen? Schaffst du nicht? Na? Schaffst du nicht. Dim, dim, dim. Die Musik ist voll geil. Digga, sagst du nen Arsch. Hä? Was ist das für ein Arsch? Warte. Flech, was ist das für ein Arsch? Du bist für ein Arsch. Du bist für ein Arsch. Fotze. Oh, leck, leck. Und dort. Schade. Sterb doch mal. Ich hab gesagt, sterb. Ich befehle es dir zu sterben. Ich will dir mal zu sterben, das ist so mies. Die Fotze hat so ein Glück, ne? Ja. Und jetzt sterb. Tschüss. Ich hab gesagt, sterb. Was kann passieren? Was war für dem hier? Hat der Arsch ein Glück. Was für ein Faggot. Die Superbiene. Hm. Jo. Auch noch der Safe. Wieso nicht? Ich brauch meine Hände, ne? Nö. Ähm. Ach, tschach, tschach, tschach.